Die Restart Bildungsakademie stellt sich vor. Wir bilden Fachkräfte für die Automobilbranche weiter. Unsere Lehrkräfte verfügen über langjährige Erfahrung in der Branche. Sie vermitteln unter Einsatz modernster Technik alle relevanten Bildungsinhalte für eine Zertifizierung als Smart Repair Fachkraft. Die Lackschadenfreie Ausbeuel-Technik ist eine schnelle und effiziente Methode, um Dellen und Beulen zu reparieren. In insgesamt drei Modulen lernen die Teilnehmer alles von den Grundlagen bis hin zum Intensivtraining an neuen Werkstoffen. Spot Repair ist eine besondere Lackiermethode, die eine punktuelle Ausbesserung von kleinen bis mittleren Lackschäden an Kraftfahrzeugen möglich macht. Mit modernster Technik und bewährten Methoden vermitteln wir in Theorie und Praxis alle nötigen Arbeitsschritte. Nach dem Motto Folie statt Lack lernen unsere Teilnehmer die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Fahrzeugfolierung kennen. Wir vermitteln sowohl die Techniken, um mit selbstklebender Folie umzugehen, als auch die Fahrzeugoberflächen mit Motiven und Aufschriften zu gestalten. Das Reparieren und Montieren von Scheiben am Kraftfahrzeug ist ein wichtiger Bestandteil der Smart Repair Weiterbildung. Die Teilnehmer lernen unter anderem Scheiben fachgerecht und mühelos auszutauschen oder zu reparieren. Auch das Arbeiten an der anspruchsvollen Scheibenelektronik wird durch unsere kompetenten Lehrkräfte vermittelt. Die innovative Fahrzeugaufbereitung ist ein wichtiges und umfangreiches Teilgebiet in der Kfz-Branche. Unsere Teilnehmer werden mit den neuesten Reparatur- und Instandhaltungsmethoden vertraut gemacht und dürfen diese direkt in unseren Fachwerkstätten umsetzen. Als AZAV zugelassener Bildungsträger sind wir zu 100% staatlich förderfähig. Das heißt, es besteht die Möglichkeit, dass die vollen Kosten der Schulung durch einen Bildungsgutschein gedeckt sind. Wir beraten Sie gerne. Restart – die Bildungsakademie für Smart Repair. Weitere Informationen unter www.restart-bildungsakademie.de Wie ist die Forschung? Untertitelung des ZDF für funk, 2017